Aber ehrlich gesagt gehen uns die Tabletten auch aus. Vielleicht geht's ja hier lang. Ähm, intelligent. Na, hallo, 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 hallo. Jetzt stöne ich auf. Uhu. Ah, doch jetzt. Ah, der geht. Oh Gott. Ah, hier haben wir aber Lichtschalter. Machen wir mal an. Ja toll, da kriegen wir Licht. Ich will aber in diesem Raum hier gerne das Licht haben. Äh. Scheint ein Bürose sein. Ah, eine Notiz. Kann er die nehmen? Ähm, ja. So, press N. Okay, er will eine Petition. Oh, nur da hat sie bekommen. Ich kann kein Englisch. Also das ist... Sven hat schon ein Schlüsseln irgendwie. Zumindest die... Meistens, ich werde hier eh keine Ahnung haben. Da leuchtet doch noch was, oder? Ah, noch eine Notiz. 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 Ich weiß noch nicht seine Namen. Er sieht agitiert und dann der Doktor fragt ihn für diese Therapie-Sessions. Ich bin nicht sicher, was sie mit ihm machen machen, aber wenn er rauskommt, ist er plassidlich calm. Er hat dieses Gold Watch, die sie ihm tragen lassen. Ich bin nicht sicher, warum sie ihn lassen lassen. Sie haben alle persönliche Beispiele, wenn man den Doktor transferiert. Sie haben sogar meine Beine genommen. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es hilft mir zu schlafen. Okay. Ähm... Ich sitze... ... auf meinem Schreibtisch und arbeite, glaube ich. Sie schreibt über uns, glaube ich, weil wir haben ja so eine... ...komische goldene Armbanduhr oder Geld. Also auch nicht. Er schreibt ja, ich bin re-watching the guy, also... Ich hab den Jungen angeguckt, glaube ich. ... über das Kommen von mir für fünf Tage. Nein, ich weiß nicht seinen Namen. Sie weiß meinen Namen nicht. Er logst ihn in die Doktor... Also irgendeine Therapie-Sitzung sollen wir bekommen. Ähm... Hier unten schreibt er noch... So beschreibt sie uns auch... Ähm... Warte, wo war das mit der... Ähm... Das heißt, ja hier... Golden Uhr. Da haben wir ja... Ich bin mir nicht sicher, ob wir Hector sind. Das klingt nicht so... Items when you transfer it to Hector. Dass wir nach Hector gebracht wurden. Klingt das so eher für mich. Send it talk me beer. Ich weiß nicht, ob... Stop it nicht blöd ist, was ja blöd ist. Aber... Mir beim Schlafen hilft... Okay, dann muss ich fast falsch übersetzt haben. Also... Das geht also... Das... Klingt so... Für mich... Doktor-mäßig... Okay, dann komm hierher durch. Hier die Tür ist... Hier ist Name Uhr. Die geht ziemlich komisch. Okay. Das heißt... Vielleicht sind wir auch einfach nur... Geht das hier wirklich so lang? Hä? War hier so ein Gangfeuer? Hä? Also die Räume sind sehr komisch. Das muss ich jetzt... Hier haben wir ein Bild. Äh... Können wir mal gucken. Oh, eine Farm. Was war denn das so ein Geräuschheben? Was war denn das so ein Geräuschheben? Licht, Licht, Licht. Ist ja toll, was gebraucht. Können wir vielleicht... Die Tür ist abgeschossen? Okay. Und hier durch? Hallo? Alter. Hä? Ne, da will ich nicht rein. Ich hab so das Gefühl, dass sich hier alles verändert. Aber wie soll man denn hier durchfinden, hä? Was war denn hier? Hallo? Hier haben wir nichts. Okay. Oh Gott. Wir können mal hier weiter. Ja. Ähm. Was? Hä? Alter, dieser... Ich krieg Angst. Hallo? Ist da wer? Ah. Was? Da ist jetzt... Was? Da ist jetzt Licht an. Okay. Ich geh da jetzt nicht hin. Weil das klingt so nach Falle, dass wir uns da haben. Wie jetzt? Oh, Licht. Ich hab... Ähm. Was ist... Wo muss ich denn hin? Von hier kamen wir doch. Ah, da war doch kein Licht. Oh Gott, ich hab... Äh. Ähm Ich habe keine Ahnung Ich lauf Hä? Hat doch die Tür bei hier Nein Also geht nicht auf Hä? So, hier ist... Achso, ich komm hier Vielleicht soll einer hier runter Ich weiß es nicht Oh Gott, das Spiel ist furchtbar Ähm, zu... Nein, komm da hin Äh, die Tür ist abgestanden Okay Okay, kann er hier irgendwie Licht anmachen oder so? Äh Äh Ah, Notiz Ist das eine Notiz für uns? Hä? Tape Full Vielleicht soll er das Tape hier wechseln? Ich weiß es nicht Äh Äh Pull Pull Okay, das heißt Wir müssen Tape suchen Hier meine Notiz Ich habe Jackson zuletzt vor drei Tagen gesehen Ist er nach Hause gegangen? Hm Ich würde jetzt auch gerne nach Hause gehen Was haben wir da? Generators, okay Okay Äh So Äh 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 What? Was war das? Alter, wir kommen doch von hier, hä? Da liegt eine Notiz, okay Alter Wir werden gefilmt Wir werden gefilmt Wir werden gefilmt So weit habe ich jetzt kapiert Und ich soll hier Tapes suchen Okay, okay Das weiß ich jetzt schon Alter Ich weh nicht Äh 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 Das ist ja unheimlich hier, ey Aber 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 Ich 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 kapier das nicht Wie kommen doch von hier schon Dann sind wir hier lang Oder ist das hier so im Kreis Eigentlich nicht, oder? Äh Äh Tabletten So Dann gehen wir hier um die Ecke Hä? Ist der gleiche Da blinkt was Fullest Tape Ah 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 Wir können was machen Ah Hahaha No Tape Find it Da ist jetzt auch Licht an. Feinste Tape? Ja! Ähm, I could be wrong, but... Okay, ich hab's nicht verstanden. Aber es ist egal. Irgendwie mit... Ähm, I could be wrong, but I'm ready. So he's been working for... ...2 days... Sie hat irgendwie 2 Tage durchgearbeitet? Oder zumindest hat da jemand 2 Tage gearbeitet? He has gone... Ja, ich... He has gotten up to use the restroom. Irgendwas mit Waschrauben. Okay. Ich kann kein Englisch. Aber es ist ja vollkommen... Alter, hier ist Licht an. Das ist... Äh... Aber anscheinend geht's hier jetzt weiter. Zumindest sind die Räume jetzt... Anders. Was ist das? Ja. Was ist das? Ja. Oh Gott. So, da mal was blinken. Tabletten, das ist ja mal gut. Die müssen doch schön sammeln, glaube ich. Ich weiß zwar nicht warum. Ähm... Wenn das hier irgendein Doktor gibt, dann ist das bestimmt irgendwann ein Versuchslabor oder so. Und wir sind bestimmt so eine psychisch kranken jetzt. Und... Ich hab so das dumpfe Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Irgendwie. Ich fühl mich ein bisschen wie ein Versuchslabor. Ist das abgeschockt oder was? Nö. Ja, das ist das Klo. Da finden aber wohl ne... Nö. Alter. Äh. Genau. Mach mal die Tür ein bisschen zu. Oh, klar.